Hm. Oh, Entschuldigung. Moment. Hallo und willkommen, mein Lieben. So, heute ist wieder Montag. Die Sonne strahlt. Also, wenn das Video aufgenommen wird, ist es nicht Montag, sondern frühestens morgen. Wir haben ungefähr halb 10 Uhr jetzt wieder. Bin gerade beim Frühstücken. Und ja, was habe ich heute vor? So, auf jeden Fall, ich werde die nächsten Video machen. Es geht einmal um dieses Dach. Da zeige ich euch gleich nochmal was dazu. Und das andere wollte ich euch mal zeigen, was jetzt in die Woche kommt, ist das Gewächshaus. Das steht jetzt auch schon zum größten Teil. Hier. Und ja, da kommt auf jeden Fall ein kleines Aufbau-Video. Ist, wie ihr seht, noch nicht ganz komplett fertig. Wird aber. So, jetzt zeige ich euch nochmal, was ich heute vorhabe. Jede Menge kostbares Holz. Das ist zur Zeit sehr schweineteuer geworden. Hier liegen 3 Meter Leisten. Die brauche ich auf jeden Fall fürs Dach. Und hier 2,50 Meter Leisten. Ich habe erst gedacht, 2,50 Meter Leisten reichen. Reichen aber nicht, deshalb die 3 Meter Leisten. Ist aber auch kein rausgeschmissenes Geld. Sondern wir haben ja immer noch vor, die Outdoor-Küche zu bauen. Da werden die auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Weil die brauchen ja nicht so groß sein, wie dort, wo wir sitzen. Ich würde sagen, das war's für das Video. Ich habe nochmal in das Video irgendwann mal die Kommentare eingeblendet. Vom letzten Video. Hat mich sehr gefreut. Und ja, damit verabschiede ich mich für heute, für Montag. Und hoffe, wir sehen uns am Freitag zum Gewächshals wieder. Viel Spaß noch auf den Kanal. Und Tschüss. Tschüss. Tschüss.